Sura 104 Al-Humasa, der Stichler, offenbart zu Mekka 9 Ayat. Im Namen Allahs, des Allerbarmers des Barmherzigen. Wehe jedem Stichler, Verleumder, der ein Vermögen zusammenträgt und es gezählt zurücklegt. Er meint, dass sein Vermögen ihn unsterblich mache, aber nein, er wird wahrlich in Al-Chutama geschleudert werden. Und was lässt dich wissen, was Al-Chutama ist? Es ist Allahs angezündetes Feuer, das bis zum Innersten der Herzen vordringt. Es schlägt über ihnen zusammen in lang gestreckten Säulen.